Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ich glaube, ihr könnt schon in der Stimme hören. Ich bin gar nicht so fit. Ich habe noch mega den Schnupfen und bin relativ krank geworden letzte Woche. Trotzdem wollte ich eigentlich schon länger jetzt ein Solana Update Video machen zu den Airdrops. Und das mache ich heute mal. Bitte verzeiht mir meine Stimmlage oder auch wenn ich mal räuspern sollte im Video. Ich hoffe es und ich versuche es bestmöglich rauszuschneiden. Aber nur, dass ihr da Bescheid wisst, warum auch die letzten Tage keine Videos gekommen sind. Zunächst mal, ich habe Solana jetzt über das Wochenende mal überarbeitet. Ich war daheim und konnte eben mal da reinschauen und habe mir jetzt einen neuen Plan gemacht. Wie gesagt, wir hatten hier einen Solana Wallet mit knapp 500 Dollar Kapital. Und mit dem wollen wir arbeiten und daraus 5000 machen in diesem Bullenmarkt. Natürlich kappt ihr vielleicht mehr Kapital, habt andere Coins noch bei euch im Wallet. Und dann ist vielleicht diese Strategie nicht die richtige für euch. Trotzdem könnt ihr euch die mal anschauen, gucken, ob es was für euch ist. Und vielleicht das mit einfließen lassen in eure Strategie. Aber nehmt das bitte nicht als Finanzberatung oder als jegliches. Das ist einfach nur mein Experiment. Und genau als das soll das auch angesehen werden. Zunächst mal, wir haben Parcel, den Airdrop, gefarmt. Haben da knapp 120 Dollar rausbekommen. Zumindest waren die so viel, wir haben 120 Token rausbekommen. Die waren knapp 120 Dollar wert. Mittlerweile glaube ich noch 70, 60 Dollar. Und Parcel kann ich euch so viel schon mal vorwegnehmen. Habe ich auch so gehalten. Die habe ich nicht verkauft. Die halte ich mal und warte mal ab. Ich bin immer noch nicht bearish auf dieses Projekt. Ich glaube, hier kann noch einiges passieren. Real Estate ist so auch noch nicht auf vielen Projekten zu finden, um darauf zu wetten. Dementsprechend glaube ich auch, dass das Projekt noch nicht am Ende ist. Und auch durch den Airdrop eigentlich nur positiv beeinflusst wurde. Und da jetzt das weitergeht. Das heißt, diese Tokens habe ich nicht verkauft. Camino Finance. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Irgendwie laden die ganzen Tabs nicht richtig. Und meine Wallet Balance wird nicht gefetscht von den einzelnen Seiten. Aber das soll jetzt gar nicht die Rede wert sein. Und zwar Camino Finance habe ich meine komplette Position abgezogen. Habe da auch das Landing und Boring rausgenommen wieder. Also ich habe da kein Landing mehr und auch kein Boring mehr. Und die ganzen geborrowed Assets habe ich zurückgezahlt. Auch hier habe ich jetzt alle Assets rausgenommen. Genauso wie bei Parcel. Aber hier warten wir immer noch auf den Airdrop. Wurde aber glaube ich jetzt langsam confirmed, dass er jetzt die nächsten Wochen kommen soll. Margin-File sind wir schon vor längerer Zeit rausgegangen. Da gab es auch ein bisschen Stress mit den Devs, dass sie sich da irgendwie gegenseitig versprochen haben. Auf jeden Fall habe ich hier auch mein Kapital komplett abgezogen. Und auch bei Place Stake, also Soul Place, hatte ich ja ein paar Solana gestackt, um da gleichzeitig den Soul Place Airdrop mitzunehmen, wie auch dann einfach gestackte Solana zu haben für andere Airdrops. Hier bin ich auch komplett rausgegangen. Habe aber weiterhin eine gestackte Position. Nur nicht mehr über Soul Place. Das heißt als Zusammenfassung, Parcel, alles rausgenommen. Airdrop nicht verkauft. Camino Finance, alles rausgenommen. Auf den Airdrop warten wir noch. Margin-File, komplett rausgenommen. Zu Airdrops gibt es glaube ich noch wenig aktuell. Und Soul Place, da habe ich mal eine Airdrop-Auszahlung bekommen. Aber ich glaube, da hast du dann irgendwie 6 Cent bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, da sehe ich doch woanders mehr Chancen. Und auch bei Mantis habe ich meine Solana abgezogen. Bin hier aus dem Solana Restaking rausgegangen, um das Kapital auch zu nutzen. Das heißt, Parcel raus, Camino raus, Margin-File raus und Soul Place raus und Mantis raus. Nachdem ich hier das Kapital abgezogen hatte, bin ich hingegangen und habe auf Jupiter ein paar Solana zu Jupp Solana geswappt. Das heißt, ich bin jetzt im Liquid-Stake-Token von Jupiter. Vielleicht ein wichtiges Kriterium für den nächsten Jupiter-Airdrop. Wie können wir hier unsere Token staken? Es ist relativ simpel. Wir gehen hier auf die Switch-Funktion, auf die Swap-Funktion. Wählen dann hier Solana. Wählen im unteren Teil dann den Jupp Sol-Token. Genau den hier. Und sobald ihr eben diesen dann swappt, sind eure Tokens gestaked. Ist dann eben ein anderes Prozedere, wie wir es normalerweise kennen beim Staken. Aber so funktioniert das Ganze beim Jupp Sol. Kannst halt hingehen und tauscht ein Solana gegen 0,9959 Jupp Sol. Und auch hier ist natürlich der Value Accrual. Also natürlich denkt ihr jetzt, okay, ich stake meine Solana. Wo ist denn dieser Claim-Rewards-Button? Den gibt es bei diesen Liquid-Restake-Token nicht. Sondern diese Staken-Rewards werden einfach zum Preis von dem Jupp Sol hinzugefügt. Das heißt, im besten Fall ist Jupp Sol immer von der Anzahl weniger als Solana. Und läuft dann eben entsprechend auch vom Preis weg. Das heißt, irgendwann kriegst du halt, wenn es, keine Ahnung, nach 1, 2 Jahren, kriegst du halt für einen Solana nur noch 0,5 Jupp Sol. Weil die Staken-Rewards im Endeffekt hier immer wieder draufgeschlagen werden. Ich hoffe, du verstehst ungefähr, wie das dann funktioniert. Auf jeden Fall gibt es hier keine Ausschüttungen von Staken-Rewards. Sondern die werden einfach draufgerechnet auf den Value von diesem Jupp Sol-Token. Und dann bin ich auch wieder reingegangen in die Meteora-Pools. Und zwar nicht in die Pools an sich, sondern in die DLMM. Ich würde euch jetzt natürlich hier gerne zeigen, wo ich drin bin. Aber auch hier lädt, wie gesagt, meine Position nicht. Und welchen Token habe ich hier eingezahlt? Ganz einfach einmal den Jupp Sol, den ich hier gestakt hatte über die Solana. Und einen neuen Restake-Token, und zwar Infinity. Über Sanctum bin ich jetzt gestoßen letztens und finde dieses Projekt sehr, sehr vielversprechend. Und ich gehe jetzt praktisch mit meinem ganzen Kapital auf Sanctum-Punkte. Hier wird es bald ein Punktesystem geben. Anscheinend kannst du Punkte erhalten, in denen du den Infinity-Token hältst. Oder eben diese Inf-Tokens in DeFi benutzt. Und das habe ich dann eben hier in Meteor eingezahlt. Hier bin ich in zwei Pools reingegangen. An meinen Jupp Sol-Inf-Token DLMM. Leider, wie gesagt, lädt das hier nicht. Aber ich habe euch im... Ah, ich glaube... Nee, Moment. Wie gesagt, das finde ich hier nicht, weil es eben auch nicht lädt. Es tut mir leid dafür. Aber ich habe im Discord den ganzen Premium-Membern mal eine kleine Zusammenfassung gemacht. Das heißt, Parcel, Camino, Playstack, Marginify, Mantis sind wir rausgegangen. Dafür sind wir bei Sanctum reingegangen mit dem ganzen Kapital. Ich habe jetzt nicht wirklich noch was gesplittet. Ich habe jetzt wirklich gesagt, lass alles in Sanctum reinhauen. Das heißt, hier bei Sanctum habe ich jetzt ordentlich reingebuttert. Und zwar liegen jetzt auf meinem Wallet nur noch 0,16 Solana. Einfach für Gasfees. Ganz wichtig, niemals alles ausgeben, weil ihr oft einfach die Gasfees braucht. Das heißt, ob ihr braucht die immer. Dann habe ich geswappt in 1,24 Inf. Diese accruelt natürlich Value über verschiedene Liquid-Staking-Protokolle. Das heißt, du stakst diesen Inf-Token, beziehungsweise hast du diesen Inf-Token. Und dieser Inf-Token generiert aus allen eingezahlten Assets hier auf der Plattform Yield. Und dieser Yield kommt auf den Preis hier rein. Das heißt, können wir uns mal kurz angucken. Für einen Solana bekommst du hier mittlerweile nicht mehr so viel. Und zwar nur noch 0,83 Inf, obwohl die am Anfang eben 1 zu 1 waren. Das heißt, hier siehst du, wo der Value hingeht. Wir haben hier 134 Dollar. Auch hier 134 Dollar. Und am Anfang war das eben 1 zu 1. Mittlerweile ist der Yield hier drauf gekommen. Und somit hast du eben statt, naja, statt 1 zu 1 hast du jetzt mittlerweile hier weniger für den gleichen Preis. Und da ist dann eben der Value drauf gekommen. Wenn du halt am Anfang drin warst bei Infinity, dann hast du eben immer noch 1 Solana zu 1 Inf bekommen. Und mittlerweile hast du dann eben 1,2 Inf vom Value her, weil das eben hochgegangen ist. So kommt auch der Value zustande. Das wurde in meinem Discord gefragt, dass ihr da Bescheid wisst. Dann, wie gesagt, habe ich noch diese 120 Dollar in Parcel. Die halte ich noch, beziehungsweise die 120 Token in Parcel. Und dann kommen jetzt hier diese Pools. Einmal der Inf-Jup-Soul-DLMM. Da bin ich drin mit 330 Dollar. Weil ich gesagt habe, okay, ich will Inf-Token halten, aber auch den Jup-Soul-Token. Um hier für den Jupiter-Airjob berechtigt zu sein. Für den Meteora-Airjob, weil da eben mal hier der Pool davon ist. Und natürlich den Inf für den Sanktum-Airjob. Und dann bin ich noch im ganz normalen Inf und Solana-DLMM drin. Einfach um hier eine größere Exposure zu haben, nur für Inf-Tokens. Weil es ist eben noch relativ early stage bei Sanktum und wir wissen noch nicht, für was wir genau Punkte bekommen. Dieser Pool war am Anfang noch nicht dabei bei den Punkten, bei den geleakten Dokumenten für Punkte für Sanktum. Aber dieser war es auf jeden Fall. Dementsprechend bin ich hier reingegangen, um auf jeden Fall Punkte zu sammeln. Und hier bin ich drin, weil ich einfach davon ausgehe, dass dieser Pool dazukommt. Und ich hier einfach drei Airjobs gleichzeitig abdecke. Einmal Jupiter, einmal Sanktum und einmal den Meteora-Airjob. Das ist die aktuelle Strategie. Wir konnten jetzt durch die letzten Airjobs hier auf 765 Dollar hochgehen. Und konnten dann, naja, knapp 50% Rendite jetzt verzeichnen. Natürlich müssen wir hier noch gegenrechnen, dass wir eben auch bei Solana Kursanstiege gesehen haben. Trotzdem finde ich es aktuell ein super Experiment. Bin zufrieden, wie es läuft. Und ich hoffe, dass dieses Update zu Solana dir gefallen hat. Schreib gerne deine Fragen in die Kommentare. Komm auf den Discord und dann können wir uns gerne da austauschen. Und dann hoffe ich, dass dir die Strategie von mir jetzt klar ist. Und ich hoffe, dass du da auch dann vielleicht, naja, durch diese, was ich jetzt mache, auf deine eigene Strategie etwas mitnehmen konntest. Ansonsten lass mir gerne ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Mach's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.